1,000! Es wird reinglässt der Nummer 15! Herzlich willkommen schon! Schauen Sie uns bei Ihnen! 1,000! Versicht die Nummer 24! Lisa Westerbach! Und jetzt kommen die Nummer 24! Nummer 24! Musa Eidertsch! Verspannt! Das war die Vorstellung! Er soll jetzt gut genommen werden! Und jetzt kommen wir zu der Lüste! Meine Damen und Herren! Wir wünschen euch ein paar Mal! Hier in der Nummer 24! Jetzt kommt es mal auf! Und jetzt kommen wir euch mal! Na Das war es auch nicht! Ta Applaus Spannendes Turnier, es war eine spannende Halbfinale und ich muss sagen, da steckt die volle Wurzel drin, da war die Dynamik da war, totale Ballpust, aber es war immer fair. Mein herzliches Dankeschön an unseren Hausmeister, der immer bei uns da ist, der alle sportliche Aktivitäten unterstützt, deshalb kommt der jetzt gleich schon dabei. So, dann machen wir weiter, der Hausmeister hat nicht den dritten Platz gewonnen, sondern war immer wieder bei und dieses Jahr sage ich unserem Stadtmeister 2015, da will ich zunächst der Mannschaft danken, aber auch dem Umfeld, es darf zu nochmal danken, dass wir mit der Mannschaft gekommen sind, dass er gezeigt hat, die Stadtmeisterschaft in Schwemisch, die sind uns wichtig, da präsentieren wir uns, deshalb gratuliere ich wirklich sehr herzlich zum neuen Stadtmeister 2015, Exxon Maria, schön und gut, danke dir! Super, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, wir sehen uns, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Mannschaft und dieses tolle Genier, es war wohl ein spannender Nachbinder in der Stadtmeisterung, Wir sind die Welt, wir sind die Welt. Wir sind die Welt, wir sind die Welt. Wir sind die Welt. D-Board Fridge, wir sind die Realität. Wir sind die Welt.